Kein Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen, weil sie lässt es nicht leben und niemals ohne mein Team. Ich schließe die Tür des Erfartmens, wenn die Party komplett ist. Melinda von Instagram auf meine Guestlist. Ne Kuhl in der Kippe, Soda im Trinken, ne Cheek, wenn das sie für Sonne was singt. Sie will mich im Team, ich kooperiere nicht ohne mein Team. Sonnig, ein düstiger Fiener, Autfaro, Vomantine. Kokain in der Krabine zu zweit, der Tod hat die Todespapiere verteilt. Albonner Arab sind heute Latino, Chica gibt Wasser, die Boys sind Amigos. Du wärst mit den Joint, lass die Homies verziehen. Die Spock wird nie ohne mein Team, nie ohne ohne mein Team, nie ohne ohne mein Team. Hamburg, Berlin, Westfien, nie ohne ohne mein Team, nie ohne ohne mein Team. Hamburg, Berlin, Westfien, nie ohne, treten nicht auf, nicht ohne mein Team. Keiner hier nimmt bloß die Philosophie, alles betreut, Likodain. Ich hab Kilo verdienen, ein Chicken der Linken, ein Chicken der Rekten. Wir sehen uns beim A-Show, Grüße vom Ex-Mill. Bring mir einen rum, eine Kiste vom Westen. Warum kein Hotel, wir saufen im Backstail, was heute passiert? Im Morgen verdrängt, lass mich am Sklapp und der Sonne verbrennt. Ich komm mit den Kopf, ich komm mit der Gang. Die Sachen gewaltzt, hier wird zu konsequent. Alle aus Ghana sind heute Brasilianer, Fritz Boateng von der Copacabana. Koma ist ein Vater, die Drogensektin. Alle wollen mich schoben und bitten die, jetzt alle. Nie ohne ohne mein Team, nie ohne ohne mein Team. Hamburg, Berlin, Westfien, nie ohne ohne mein Team. Nie ohne ohne mein Team, nie ohne ohne mein Team. Nie ohne ohne mein Team, Hamburg, Berlin, Westfien, nie ohne ohne mein Team. Nie ohne ohne mein Team. Ja, ein bisschen rappen, ne? Und wo kenne ich dich? Das musst du selbst entscheiden. Nee Spaß, TikTok, YouTube, keine Ahnung. Ach krass, du bist dieser Lidl-Typ, oder? Ja, wirklich. Okay. Hey. Deswegen war die Stimme auch so ähnlich. Bruder, ich dachte, Raff ist einfach hier als Überraschung da. Also erstmal Wahnsinn, wie du Leute nachmachen kannst und wie du Stimmen imitieren kannst. Das ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Erstmal macht mal ein bisschen Applaus hier für den Bruder. So. Bruder, rein, mal ein Gebet so. Offenbar. Einfach Raffbefehl. Ja, wenn ich Farid Bang machen würde, der würde als Andertaus sind nicht Spaß. Ja, wie heißt du eigentlich, Entschuldigung? Ja, ich heiße Poker eigentlich. Mein Quintenamt Poker. Ich wüsste jetzt nicht, wie klingt Poker, weißt du? Also, weil du klangst wie Raff eigentlich. Überflieb wieder. Das Ding ist, wenn ich halt meine eigenen Songs mache, dann ist es halt krasser. Aber wenn ich halt coveren muss, dann adaptiere ich halt den Rap-Stil. Das geht einfach mit mir durch. Ja, deswegen war das für mich jetzt auch nicht möglich, mich umzudrehen. So, aber es ist natürlich, also, was du kannst, ist auch Kunst. Das ist eine große Kunst, das so nachmachen zu können. Wirklich. Dankeschön. Du bist ein krasser Typ und du schaffst das alles, was du dir da vornimmst und was du machen willst. Dankeschön, Mann. Danke. Danke, dass du da warst, Helga. Danke, Mann. Ich finde es eine super Chance und ich mache weiter. Ich habe viele Alben auf dem Rechner. Wenn der richtige kommt, dann kann man auch sehen, was in mir steckt.